Los geht's. Sechste Runde ist das, ne? Ja, sechs. Heilung steht mir vor. Warum? Der Graveheiser, so gesehen, ne? Dann kannst du das die ganze Zeit machen. Heilung. Ja, da bin ich ja. Profi mittlerweile. Du bist doch hier. Unser Profi-Aufheber. Dann wollen wir direkt mal los. Die alten Menschen mal über die Straße. Mich. Ich glaube, Mu. Nee, Mu ist nicht älter als ich. Ich glaube nicht. Oh, jetzt ist jemand raus. Jetzt, jetzt habe ich ihn vergrault. Wer ist denn raus? Keine Ahnung. Ich gehe mal von Rage aus. Würde ich auch sagen. Wenn der Graveheiser noch da ist. Oh, wie er jetzt schon losläuft. Hast du das gesehen? Guckt euch das mal an. Habt ihr das gesehen, wie der losläuft? Ach, da ist er ja. Ja, ich denke mal, sein Kostos hat sich das durchgeknallt und... Na nicht los. Wo bist denn du? Aha. Bam, bam, bam. Hey, wo bist du? Du bist schon durchgelaufen. Ja. Ich bin schon im Kämpfen. Oh, noch ein bisschen. Ich auch. Ich bin schon im Kämpfen. Ich bin schon im Kämpfen. Ich bin schon im Kämpfen. Aber weiterlaufen. Du bist doch schneller als du. Das sieht immer noch beteilbar aus. Was ist das, wie ein Typ? Ich will mal einen, der soll mal beschützen. Und, wir haben Werfer? Axt, du hast mehr! Irgendwann hier nimmt der Riss auf mich. So, so. Was macht der Typ da an der Mund-zu-Mund-Veratmung oder an der Herzgassehalle an einem Irgendwann oder was ist das hier? Ich weiß auch nicht. Sieht so aus, als ich das Schloss klappen wollte, ne? Der Typ läuft genauso beschwert wie Mo. Wie bitte? Was? Kannst du es wagen? Bäm, bäm. 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 Einer ist hier grad bei mir vorbei. Ganz links durchgelaufen. Ganz links. 1 von 7. 1 von 7, ja. Also hier ist ne Waffe, glaub ich. Hier einmal links durch. Das ist so ein Bauteil, was der braucht. Brauchen wir später. Das kenn ich doch hier. Zupi. Na endlich. Ach die Axt. Dann nehmen wir doch mal die. Und ganz rechts ist dann der Flammenwärmer. Geben ihm das Punkt, ja. Oh. Shit, shit, shit. Oh, 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 oh. Oh. Ähm, das, äh, was kommt. Wusste, was ich mache? Hm. Das sieht man sofort. Oh, da oben ist ein... Okay, das ist unser Quest. Ich bin da oben gelaufen übrigens. Aber irgendwie sind wir wieder verteilt. Einer ist ganz links. Einer... Jetzt nicht. Oh, roh da. Hey, hör dir. Hey, hör dir. Oh, hör dir. Boah, ich bin tot. Dieses hässliche Ding ist gerade neben mir explodiert. Was? Ich bin tot. Das kann nicht sein. Endlich mal einer auf, da wird ihn ja lieb. Go, Moo. Go, Moo. Hier gibt es zwei von sieben, eine Flasche. Ich hab' ich gekriegt. BAM! Kommt, ihr blöden Verdammten. Komuschen. Insekten. Ich sind die Bettelkuh. Geh schon mal spazieren. Der eine hat den Kopf vorne, der andere hat den Kopf. Ne, ich glaub, oben sind die, oben sind die, warte nicht hier. Hier kommen die Fritzen. Die holen sich die Missionspunkte an, du. Die machen wir schon. Hä? Boah, da geht's gar nicht lang. Und nun? Noch nicht wahrscheinlich. Wo müssen wir denn hin? Oh, hier ist irgendwie. Boah. Oh Gott, irgendwas ist da gerade hochgegangen. Ich hab' den Standbild hier auch. Nein? Was muss man denn hier machen? Ehe drücken, warte mal. Wir müssen hintereinander Ehe drücken. Ja. Den doch drücken. Wir sind leicht. Beten doch da. Boah. So, aber jetzt hier. Äh, sch. Okay, jetzt haben wir's geschafft. Nun? Nach links. So, ja. Jetzt noch Kameraden. Von einer von den Beinen hat noch so ne Probe. Ich hab's hier noch was. Kann ich aber nicht abgeben. Wird mit Star Obrechts angezeigt, aber kann ich mich mit E abgeben. Hör ich hier nur abgehackt, oder? Den, den DJ? Ja. Okay. Okay, super, ja. Nö, die DJ kam gerade eben ganz normal von mir rüber. Naja, das liegt da mir. Okay, ich muss nach rechts, ich muss nach rechts. Also, wird laut. Okay, pass. Man kann ich das ja nicht abgeben. Das sieht so bescheuert aus. Ja, guck mal, wo die Profis durch waren, da schon wieder alles tot, weißt du. Wird euch da noch irgendwas auf der Karte angezahlt? Ja, ich hab noch was in der Hand. Ja, noch was dabei. Danke, wir haben hier. Ja, wir waren, also wir waren oben noch nicht. Okay. Endlich. Ja, ihr, ihr, ihr seid immer direkt schon am Ziel und, und, und lasst uns da oben mal ganz alleine. Ja, diese ganze 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 alleine. Ja, die haben wir eigentlich eingesammelt. Ja, herrscht. Habt ihr die jetzt eigentlich schon? Die was? Die Waffen. Ich hab nur, ich hab nur ne Axt. Ja, aber es fehlt ja noch, dass, ähm, ein Flammenwerfer. Wo kann ich's sehen? Also hier oben ist ein Blauer. Warte mal her. Das ist ja sehengereich. Wo kann ich's denn Flammenwerfer? Ich weiß noch, dass der ganze Rechts irgendwo war. Hier oben ist noch das Blaue. Soll ich hier warten, oder kann ich wieder weggehen? Äh, du bist S4, oder? Ja, das habt ihr ja schon. Ich mein jetzt eigentlich den Dexter, weil der war ja mit mir immer unterwegs. Ah, der ist hier ganz rechts. Ich bin jetzt ganz, ganz rechts gelaufen. Man kann aus dem Gebäude rauslaufen, runterspringen und dann geht man ins nächste Gebäude. Na super, okay. Oh. Ach, hier ist der 3 von 7, ist ja noch ein Blaues. Oh, Leidenschaft. Ganz rechts war die Waffe, sagt er. Ja, ganz rechts. Ganz rechts, Ume. Ach, da oben ist noch so ein Dings gewesen, Sammlobjekt. In dem Foyer, wo dieser... Ach, da oben ist noch ein Sonnenobjekt. Ich glaube, wir sind gerade alles ein bisschen durcheinander, wie viel sagen wir alle weglaufen und meinen, irgendwo hinlaufen zu müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wo ihr seid. Ja, du bist doch weglaufen. Ich bin nicht weglaufen, nein. Nein, einfach nur nach rechts, einem anderen Gebäude, ja, ja. Da war der Grave. Und während ich die ganze Zeit oben bei einem blauen Dingslose-Taktisch stehen, um mir das zu zeigen. Aber, ich will auch mal von mir ein bisschen alles töten hier. Ja, das funktioniert, Alter. Ich glaube, ihr habt die Sammelobjekte jetzt irgendwie alle nicht bekommen. Pass auf, wir müssen mal wieder zurück in dieses eine Gebäude. Also, ich sammle, also ihr könnt ruhig gerne sammeln, wie ihr wollt. Also, ich mach das im Singleplayer nochmal. Achso, okay. Da müsst ihr trotzdem die Sachen ja alle ein bisschen finden. Hier links ist nichts. Komm mal hoch. Oben war das eine blaue, aber mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Noch weiter hoch, noch weiter hoch. Ganz, ganz was da oben hast du schon gesehen? Hier in der Ecke? Nee, ganz da oben. Ja, das habe ich halt nicht für die ganze Zeit erzeugen gehabt. Achso, du hast geschaffen. Ich habe auf dich gewartet, wo du abgehauen bist. Aber die anderen habe ich leider nicht gesehen. Irgendwelche Waffen, die wir fliehen müssen. Ah, okay. Wenn ihr übrigens Tab drückt, könnt ihr sehen, wie viele Punkte ihr schon habt. Wir wollen gar nicht gucken, was der Platz 2 hat. Will ich gar nicht drauf gucken. Meine Fresse, ey. Der Scheißer, der cheatet doch. Der hat auch gar nichts. Der gibt gerade noch die ganzen Cheats einen. Nee, ich bin mir gerade beschäftigt. Eigentlich spielt er nur mit einer Hand. Also, unsere Hand wird beschäftigt. Ach, aber trotzdem macht er so viele Punkte mit einer Hand. Das ist bitter, ne? Hast du gerade auch den Typ auf der Toilette gesehen? Ja, schon. Da vorne ist ja noch einer. Oh. Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass ich das gar nicht habe. Boah. Ach, das ist wieder Melee, was nicht real ist. Was? das Abgeben von Eintritt gibt übrigens 1000 Punkte Dichter durch das Monster wird jemand sein Mixer Kroh ho 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 I ja das macht mich nein ich abschiege es mir rein was macht ihr denn?! einfach rein und ist getötet nehmt mal die dann nochmal rum mit E da hat mich jemand abgeschossen 5000 Punkte 18 das ist krass immer wenn ich an der Kante stehe und 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 Oh, jetzt habe ich auch noch einen Dicke. Oh, das ist ein Dicke. Haben wir auch einen Mixer raus? Nee. Nee. Einfach alles im Mixer schmeißen, was er antrifft. Das ist teilweise so schlecht hier. Die Verbindung lässt. Ist da so viel? Will das aufheben? Das ist ja schon längst wieder weg. Oh, noch zwei so Runde. Einfach alles rein. Nee, wir müssen einfach rein. Mit dem Dreck. Au, au, au. Da weiß ich ganz einen Insekt noch ein. Ach, da oben ist er noch zu krass. Da hat kein Problem. Den Flammenwerfer habt ihr schon, oder? Ja. Du musst einfach ganz direkt laufen. Ja, ganz einfach. Ja. Ja. Immer noch mal neben. Scheiße. Rein mit dem Dreck. Was ist das? Oh Mann. Das hab ich mir nicht gepackt. Ja. Minus. wenn du gestorben bist du hast ja noch nach abzug da kommt mir ein dicker was ja unten muss braun hier nicht die treppe das kann das sogar was machst du da hinten deine die wasser habe ich gesucht muss ja hier mal allein ich habe sie gefunden Muss man den Dicken eigentlich nicht killen? Weiß nicht. Weiß nicht, ob du den überhaupt kill kriegst. Keine Ahnung. Achso. Ja, klar. Oh man. Endlich. Aua, aua. Komm mal. Oh. Oh, oh. Oh, oh. das ist mir die peck eigentlich gar nicht mehr da aber ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja immer erster hier Warum glaubt es gar nicht? Jetzt hab ich mal rausgefunden wie das fucking Cheat vom Grave geht Fucking Cheat Fucking Cheat hier Heyo, Peace Äh, da fehlt doch, Alter Wo fehlt? Wie? Wieso ist das dabei? Weil ich bin im Hauptmonio gelandet Oh Verbindung verloren oder so Achso, okay Dann schlecht, dass ich sie gehört Und der zielt, waren recht schnell, 22 Minuten gegen die Runde? Jo Ich hab diesmal ziemlich viele Kombos gemacht Monster erledigt Ich muss gucken, was ich mir jetzt noch leisten kann Was? Du kannst dir was leisten? Ja Okay So Ähm Zurück zur Lobby Haben wir den hier noch Was kann man sich denn hier leisten mit dem Dicken? Haben wir noch irgendwas? Ja, ich hab hier noch wieder ein Pünktchen bekommen Da kann man hier noch einmal Kraft draufhauen So Zurück Der Flammenwerfer find ich jetzt Das nächste Level Der Flammenwerfer fand ich eigentlich ganz nicht mal so schlecht Ähm, der ist auch Ja, ich find auch der Flammenschaden nicht so stark beeigenen Leuten Aber gerade eben bei diesem fliegenden Zeugs Wenn man das in einem guten Rahmen macht, dann sieht das ganz cool aus Ähm Ich hab da Punkte zu verteilen, das ist ja schön Was kann man denn hier machen? Vorschau Boah, das ist gut, das gefällt mir einfach gar nicht Gucken, was es noch so gibt So Zurück Und In der nächsten Runde geht es dann weiter im Hoch in die Lüfte Bis später Ciao